Und Willkommen zur letzten Folge für diese Session. Ich glaube, es wird ein bisschen groß, dass die letzte Folge gewesen sein. Folge 24. Ich denke mal schon. Ja doch, macht Sinn. Ich habe keinen Ahnung. Wenn wir sehen. Ich glaube ja. So. Wachsett. So. Demnach werde ich hier wahrscheinlich später auch nochmal umbauen. Sieht total scheiße aus. Oder jetzt machen wir eine richtige Höhle. Also einen richtigen Tunnel draus. Und ich einfach nur so einen Schnitt in der Landschaft. Äh, gut. Holz. Mhm. 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 So, wie machen wir das am dümmsten? Am dümmsten wäre es eigentlich, wenn ich, äh, jetzt mal hier, wie gesagt, Sand, damit ich jetzt mal aufs Dach aufkomme. Bzw. Ähm. So. Fuck. Danke. Och. Ey. Diese Fehlinvestition. Danke. 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 Okay, kriegst du hier eine Krise, kriegst du das Eier. I hate you so much, I will eat your babies. Danke. So, jetzt kommt das dann. Da nochmal das Gläscher. Das ganze jetzt hier auch nochmal. So, ich würde das selten streben. Wie gesagt, diesmal das ganze hier nur einetagig. Also jetzt kommt dann darüber gleich der Dachboden. Biet's jetzt wieder das Dach. Ah, das ist alles zu tief. Gut, die anderen habe ich richtig gemacht. Ja komm, da kommst du jetzt oder was? Hier ist ja los. Verflixt uns hier mit. So, danke. 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 Wir bräuchten dringend was zu essen. So. Watscha. Am besten gehen wir jetzt mal einkaufen. Up in the city. Ach, ich bin auch blöd. Wir machen das natürlich nicht mal richtig hier, ne? Ich meine, also ist ja hier nun. Was ich ja hier gerade schon wieder machen wollte, ist ja schon wieder das dümmste auf der Welt. So, hier erstmal Settel. Jetzt Spawn. So, jetzt der Markt ist da vorne. Bisschenweise gehen wir erstmal zur Bank. Können wir unser Gold eintauschen. So, wir wollen kaufen. Äh, bye, bye. Okay, jetzt haben wir 28 Taler. Und damit können wir uns jetzt was zu essen kaufen. Die Frage ist nur, wo gibt's Essen? Farbstoffe, Möbel, Steine, Mal. Hat hier noch keiner Essen? Okay. Ah, doch, hier. Ah, sehr schön. Gut, was gibt's hier noch so? Hier gibt's ein bisschen... Ach so, das ist hier JJK-Stand bitte? Ah, nee, sorry, ich stand. Normalerweise ist ja immer JJK derjenige, der hier so lebensmitteltechnisch und so agiert. Ah, Kakao können wir uns auch mal holen. Ah, ansonsten, so lala. Ja, so, hier so. Bisschen Edelstein gedünst. Ja, das hier wäre natürlich auch interessant. Komm, jetzt holen wir uns auch mal. Einmal. Dann, das... Dann, das... Mö, komm. Pilze. Hm. Keine, wir hätten hier Schal. Könnten wir also tatsächlich gebrauchen... Könnten wir uns Pilzdinger draussen machen? Boah, Digga, vier Stück. Alter Schwede. Ich meine, es wäre ja ein bisschen einpflanzen. Kaufen wir uns das? Ja, nein. Vielleicht, weiß ich doch nicht. Komm, ja, machen wir. Einmal Kartoffeln und einmal Morim. Dann haben wir das Wichtigste auch schon mal. Und hier... Ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt das eigentliche, warum wir überhaupt herkamen. Und zwar, erstmal für die Schnelle... Vielleicht. Hä? Vier von vier Stück kosten, na, von zwei Stück. Hat er nicht einfach gleich gemacht, hier von zwei Kosten ein. Das wäre... Brauch mal gewesen. Egal. Hä? Oh. Der Laden ist schon leer. Okay. Müssen die vier haben wir reichen. Interessant. So, hier ist Rüstung. Hier sind die Leute, ich weiß nur solche Sachen wie... Balloon. Ah, genau. Passenflugen. Und hier gibt's Steine, Farbstoffe, Möbel. Sachen aus Dungeon, was wir erstmal so durchbrauchen. Gut, wir schauen mal unten an meinen Stand. Hallo? Och, nochmal. Brrrr. Brrrr. Danke. Die sagt doch auch nicht. So, hier. Hier, Werkstoffe, frische Lebensmittel. Genau. Brot. Da können wir uns nochmal schön hier... zudecken. Tadaa. Und jetzt auch nach Hause. Reicht das mal. Gut. Dann vergrößern wir am Strand am besten gleich mal unser Feld. Dann können wir uns die Sache gleich mal anbauen, die wir hier gepflückt haben, äh, gekauft haben. Vor allen Dingen was so Sachen angeht wie Ziel, äh, Möbel, etc. So, einmal das, einmal das, einmal das, und dann ganz auf das. Danke, 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 danke. So, das kann ich jetzt auch. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, perfekt. Gut, das sollte erstmal reichen, dann können wir das mal gedeihen lassen und wir, äh, machen erstmal hier weiter und haben jetzt ein bisschen Linsmittel. So, 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 danke, 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 perfekt, gut. Okay, Dach. Wir brauchen Holz. Nicht gerade wenig, sondern eher viel. Äh, ja, machen wir so. Fuck. So, okay. Okay. Du kommst weg. Du kommst nicht raus. Nee, war doch richtig. Ach nee, doch, war falsch. Genau, das muss. So. Dann einmal 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 so. Oder hier nicht mehr. Kommt. Dann kommt das nur so ran. Dann kommt das nur so ran. Dann kommt das nur so ran. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Dankeschön. Okidoki. Hallo. So, haben Sie mal. Das sind hier Lux. Holy moly, what a bauli. Oh, okay. So, 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 so. Okay. Das hätten wir schon mal. Danke. Was macht ihr in meinem Haus? Unverbrochenheit hier. Frechheit. Ach, ich habe doch mal Geisha gelesen, aber die heißt ja Grisha. Grisha, Grisha, Kracher. Weil da kracht es immer. So. Der nächste Stack. Halt, das ist doch richtig. Ich dachte schon, es war gerade normaler Baum. Ach, in die S. S, 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 S. So, okay. Jetzt können wir anfangen mit dem Dach. Und das wird jetzt ein richtig schöner Scheiß. Da brauchen wir erstmal ganz viel Holz. Noch mehr Holz. Könnte erstmal reichen. Wir machen es aber richtig. Und aus dem richtigen Holz. Ja. Machen wir jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fackel. 4. Ja. Ah. Ach, das tut unger Schwachsinn hier. So, so. Bam. So. Einmal. Zweimal. Ach, leck mich doch am Arsch. Ist doch hier. Gut jetzt. Aus jetzt. Mach ich eigentlich gerade für eine Kacke. So. Das kann so weit zurück erstmal. Perfekt. Das wird zwar bei weitem nicht reichen, aber es hat zumindest erstmal einmal angefangen. Das wird zwar bei weitem nicht reichen, aber es hat auch bei weitem nicht reichen, aber es hat auch bei weitem nicht reichen. Also. Ah, ich stelle bei gleich. Oh, meine. Was machen wir hier? Ah, das ist auch für Ebel. Das klappt natürlich nicht. Ach Gott. Vielleicht geht es so schneller. Na so auf jeden Fall nicht. Ich bin gefallen. Kann ich da auch gleich mal noch anmachen? Fuck you! Danke. Danke. Sehr schön. Okay. Jetzt die nächste Reihe. Das wird schon etwas komplizierter. Wobei es hält sich tatsächlich auch an Grenzen. Das wird auch wieder nicht. Ich will sterben. Geht das so? Nein. Mit der Glüter so gedrückt halten geht auch nicht. Ich sterbe gleich. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Ja, das wird jetzt. So. 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 Als es passt- jetzt überhaupt. Alles passt! Oh, hier ist jetzt einer mit was. So, jetzt geht der Rumburg. Passt das jetzt? Ja. Danke. Ah, Mann, ey. So. Ah, der war schon zu viel. Deswegen passt das nicht. So. Das ist immer wieder eine schwere Geburt hier. Klar, warum auch nicht? So. 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 So, haben wir das schon mal, weit es geht, geschafft, eine Kleckerheit hier, so, jetzt So, das ist ein Rauf, 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 Stachion, weitermachen So, nicht da hohe Fährech. Das war's für heute. So, und wieder. Oh, langsam wird das Holz aus. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.